Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Saints Row, The Third und wo zur Hölle bin ich hier? In welchem Haus? Mal kurz gucken auf der Karte. Ah, Simons Wohnung und hier habe ich eigentlich alles schon erledigt. Hier habe ich auch ziemlich viel schon erledigt. Panzer-Vandalismus-Hart. Ich stehe ja auf Panzer-Vandalismus, aber ich habe mir vorgenommen, diesen Part wohl eher, denke ich mal, zu auch wieder Scheiße zu bauen. Oh, Genki. Aber, Aufträge. So lange, bis die keine mehr haben. Shondi ist schon wieder, ähm, story-technisch. Das andere sind halt die ganzen, ja... Die es auch so gibt. Also, ähm, die ist... Ich meine... Oh, was lau ich wieder da? Mh... Scheiße, was zur Hölle... War das eine Fliege? Ich hoffe nicht. All right, ich bin auf your left hand. So. Oh, be surprised. Eine Mission. Ähm, ja, was wollte ich... Was habe ich gerade gesagt, ähm... Wie läuft man nochmal? Ah, ja, so. Okay, ähm... Es sind auf jeden Fall diese... Abfuck-Missionen, diese... Ach, Abfuck-Missionen sag ich schon. Naja, wie kann man die anders bezeichnen? Es sind halt... Für mich keine Story-Missionen, Sondern Nebenmissionen als... Story-Missionen getarnt. Das, was man so... Das so immer machen kann. Und what the fuck? Was zur Hölle geht hier ab? Oh, der scheiß Bullen, hau ab, ey. Oh, ich habe überhaupt keinen Bock, ey. Tut's so verpissig. Mein schönes Auto. Was wollen die alle von mir? Boah, das Fahrzeug ist aber auch schnell. Mein lieber Scholli. Ich bin mal gespannt, ob ich noch mehr Trophäen hier ergattern kann. Wäre natürlich schön, wenn ihr... Miterleben würdet, wie ich... Trophäen sammle. Beziehungsweise die Platin-Trophäe bekommen. Hallo, Polizei! Ich brauche eure Hilfe. Kommt da mal mit? Ach, ihr seid doch eh nicht schnell genug. Yay! In die Kuppe geslidet. Oh, da ist mein Ziel. Na komm. Ach so. Geht sofort gleich los. Mit... Lust? Bildmaterial? Oh nee. Stimmt. Eskorte. Zurückgelegte Distanz. Wow. Haben wir auch an sich viel zurückgelegt. Ich glaube, ich bin... Hol den Kunden ab. Stimmt, ich muss erst den Kunden abholen und dann geht's los mit dieser... Ja, leichten Mission eigentlich. Ich muss nur vor Reportern abhauen. Der Kunde ist nämlich ein Star, soviel ich weiß. Na komm, na komm, na komm, na komm, na... Kommst du? Gut. Brav. Und jetzt einfach losfahren. Und... Oh, scheiße, da ist schon mal einer. Ich muss auf jeden Fall... ...nicht in den roten Kreisen sein. Also schön auf der K-8-0. Oh, 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 oh. Ei, 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 haut ab, haut ab. Ich hänge euch sowieso ab. Oh, scheiße. Das ist nicht gut. Ich soll jetzt Schaden anrichten. Ähm, wie viel Schaden? Ah, ja, okay. Der Kunde möchte, dass... Okay. Noch ein bisschen mehr Schaden. Okay. Bam! So. Das war's. Oh, scheiße, hinter mir ist wieder einer. Nein, da ist noch einer. Oh, fuck, fuck, fuck. Ich muss hier weg. Bringe den Kunden zum XXX-Kino. Was, bitteschön, ist ein... Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe, was XXX heißt. Ähm. Böse, böse, böse. Zu einem Porno-Kino. Ich muss ihn zu einem Porno-Kino bringen. Alles klar. What the fuck? Hau ab! Hau ab! Ah, ja, ja. In die Kurve. Ah, da ist doch was Nettes für dich, mein Freund. Habt ihr das Gebäude gerade gesehen? Das sah aus wie Titten. Ja. Steigst du aus, oder... Ah, ich muss noch näher ran. Jetzt muss ich auf ihn warten. Jetzt kommt er wieder. Gut gemacht. So, und jetzt kommen wieder bestimmt diese Assi-Dinger. Und... Oh, 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 oh. Yeah. Schmeiß die Kunden raus. Hau ab, du! Gehst du mal raus, Alter? Danke. Ich kann nicht mehr fahren. Hey! Okay, Eskorte ist geschafft. Und jetzt... Gleich zur nächsten Mission. Begleiter Simons. Was war das da schon mit Simons? Kann nicht gewesen. Kann nicht sein. Machen wir Schutzengel. Was, du brauchst meine Hilfe? Hau ab, ihr! Oh, scheiße, Morgenstern. Nein! Ich bin angeschossen. Wuhu! Bam! Stylisch ausgewichten. Bullen hinter mir. Scheiß egal. Ich schmeiß einfach mit Menschen um mich herum. Scheiße, wo muss ich lang? Oh, oh. Fuck, 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 fuck. Ich hab die Straße verloren. Ah, da ist die Straße. Na, komm! Ah! Oh, nee, die Bullerei. Auf die hab ich ja sowieso keinen Bock. Ah, komm her! Schmerzhaft. Die haben Autos. Ich fliege hier einfach mal so durch. What the fuck? Hallo? Könnt ihr nicht Auto fahren, oder was? Ach so, die machen Platz für die Polizei. Hey, Arschlöcher. Und da mal mir den Weg versperren, hä? Yay! Nur noch einen Kilometer. Ach du Scheiße. Ah, da ist ein Motorradfahrer. Rutsch. Wow, den hab ich weggedotzt, wie geil. Fahr mal. Geht dich zum Start der Aktivität, joa. Mach ich doch. Yay! Okay. Dann müsste ich ja bald alle Aktivitäten auch freigeschaltet haben. Und dann kann ich nach und nach die abfertigen. Oh, wir sind da. Wir sind da. 16 Meter. Und da muss ich nur noch jemanden abholen. Ich weiß, ich sah die Deckers kommen. Bleib mir sicher, okay? Ich bin 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 sicher, okay? Kennen wir ja schon. Kenzie, ich bin schon vorher. Just trust me. Na, komm, explodier. Na, komm, explodier. Hm, er ist schon am Qualmen und jetzt explodiert. Jawoll. Verteidigt ihn. Mist, 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 Mist. Hau ab. Ah, komm. Ja, so. Jetzt. Schieß. Das Auto kaputt. Jawoll. Voll erwischt. Der ist hinüber. Oder unten sind sie gleich noch. Und komm, noch zwei Schüsse. Noch einer. So. Die haben sie jetzt locker leicht gekillt. Ja, genau. Kauft mir. Hm. Drink. Und what the fuck? Explodier endlich, man. Ich kann dir das Auto sehen. Geh in. Ich werde dir aus dem Luftrausen sehen. Na, komm. Explodier, explodier, explodier. Oh, 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 oh. Jetzt muss ich, glaube... Genau. Oh, Raketenwerfer. Yeah. So, wo bist du, Kins? Ah, Kinsy. Da fährt sie. Ähm. Wo fährst du denn lang? Ich muss sie einfach nur noch beschützen. Oh, da sind sie. Jawoll, ja. Und BAM! In your face. Bitches. Hm. Wo sind die Gegner? Wo sind sie? Die tauchen hier rot irgendwo auf. Ich glaube, die kommen jetzt. Ja, da, da. Oh, jawoll, ja. Oh, ähm. Ach, der explosiert hier auf uns selbst. Uh, ich sollte aufpassen, was ich hier für eine Scheiße fabriziere. Viel hält die ja nicht aus. So, stirb, Auto. Ja, ist ja gut. Warte ab und BAM! Wow. Junge, mach mal. Nein, 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 nein. Jawoll. Bloß nicht bei Kinsy explodieren. Bloß nicht bei Kinsy explodieren. What the fuck? Boom! Das passt dir gerade so gut. Ja. Oh, 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 oh. Hast du nicht genug Hilfe? Also, du sagst ja, Hilfe wäre nicht schlecht. BAM! Geh aus dem Weg. Nein, 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 nein. Oh, leck mich. Hau ab! Ist ja noch so ein Panzer. Ne, nochmal das Auto. Und tschüss. Oh, Kinsy, Kinsy, Kinsy. So, weg mit dir. I need somebody help. Okay. Ähm, war's das? Bitte, sag ja. Bitte. Du hast kaum noch Energie. Oh, ich bleib stehen. Oh nein, ich fahr weiter. Oh nein, das war's für Kinsy. Gescheitert. Fickt euch. Nein. 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 Hey. Na komm. Na komm. Explodier. Oh Mann, 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 Mann. Das könnte etwas länger dauern, bis ich diese Mission erledigt habe. Uh, das war gut. Oh nein, da kommt noch mehr, noch mehr. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Mann. Was soll ich abhauen? Kinsy? Kinsy? Pass auf. Na komm. Explodier doch. Endlich. Jawoll. Puh. So, und jetzt muss ich einfach nur drauf aufpassen, nicht Kinsy zu erwischen. Sie ist durch mich gestorben. Ich habe kein Bock. Ich habe keinen Bock, dass die wieder stirbt. Weil, es hört mir gerade so richtig... Ja. Ist das da oben die Zeitleiste, wie lange ich das noch machen muss? Hau ab, du. Ey, du. Bleib stehen. Ah. Arschloch. So. Kinsy? Geht's dir gut? Gut. Alles klar. Alles bestens. Oh, ich sehe schon es kommen. Ich sehe schon es kommen. Ah, Mist. Ach, der ist schon tot. Ja. Nein. Na super. Habe ich wieder sie getroffen. Na, erst einmal aufste zu begatten? Ey, sag mal. Seid ihr so notgeil, oder wat? Da kommt gerade jemand. Da kommt gerade jemand. Komm. Ah, ich treffe auch gar nichts mehr. Hau ab. Beide. Leckt mich doch. Bam. Weggebashed. Ich musste nur noch... ...sehr lange beschützen. Oh, super. Die halten zwar auch nicht viel aus, aber... ...dafür teilen so und so mehr aus und... ...genau so muss gemacht werden. Yes, baby. Oh, oh. Oh, oh. Kinsy? Ah, super. Ah, super. Ah, super. Na, super. Ich könnte nicht mal... Ach, leck mich doch. ...dich lassen wir jetzt mal links liegen. Obwohl... ...ne, den lassen wir links liegen. Der ist viel gefährlich. Ah, leck mich. Nicht begatten. Begatten ist verboten. Notgeile Säue hier. Tja. Kinsy. Versuch zu überleben. Bitte. Nein. Ich will nicht mehr. Nein. Hm. Okay. Jawohl, ja. Ah. Bam. Haust du mal ab? Nein, du wirst nicht. Oh, da hatte ich Glück gehabt. Der wäre auf Kinsy gestützt. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind angekommen. Oh. Das hat geklappt. Oh, leck mich doch am Arsch. Ich hasse diese Mission. Ehrlich gesagt, ich hasse sie sehr. Moment mal. Habe ich jetzt Respekt? Ja, dann gucken wir mal, was wir verbessern können. Fähigkeit. Äh. Wir haben ein Problem. Wir haben zu wenig Geld. Was kann ich hier noch verbessern? Da-da-da-dam-da-ram-dam-dam-dam. Äh. Schnelleres Nachladen. Oh, das wäre gar nicht mal so schlecht. Wie sieht es mit Geld aus? Oh, wir haben Geld. Wir haben Geld. Wir haben Geld. Wum. Sehr viel Geld. Oh, 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 oh. Wait a minute. Fähigkeiten. Fähigkeiten. Da kann ich mir das noch leisten. Und. Das noch leisten. Not the fuck. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Egal. Wir haben noch vier Aufträge. Nein, Kinsey. Nein. Ach komm, Hals. Maul. Tschüssi. Yay. Ah, da sind sie auch schon. Danke. Ich brauche euer Auto. Und tschüss. Klaue ich einfach mal den Bullen, das Auto. Auch nett. Not zu gehen aus dem Weg, sonst bist du platt. Oh, hi. Und tschüss. Ach ja, geradeaus. Geradeaus. Nicht von der Spur abkommen. Nicht von der Spur abkommen. Boah, ist das Ding schnell. Oh. Da ist jemand rausgeflogen. Oh, das tut mir aber leid. Nicht. Yeah. Bam. Aus dem Weg. Platz da. Hier komme ich. Yeah. Hulk Hogan braucht unsere Hilfe. Was? Oh. Haha. Nicht mein Problem, wenn ihr aus der Windschutzscheibe fliegt. Ihr solltet euch anschnallen. Also liebe Kinder, falls ihr dieses Let's Play guckt, immer schön anschnallen. Dann passiert euch auch nichts. Besonders wenn ich auf der Strecke fahre. Denn sonst fliegt man aus der Windschutzscheibe. So wie denn die Heer von vorhin. Versicherungsbetrug. Es ist noch eine Mission, die gefällt mir. Die gefällt mir sehr gut. Schmuck. Schmuck. Oh mein Gott. Okay, dann wollen wir mal... Was ist näher? Ah, das hier. Ähm... Ach, so lass ich mich fallen. Okay. Bäm! Bäm! Hallo... Ach, das ist mein Auto. Bäm! Ähm... Pfff! Au! Yay! Ich... Komme... Yay! Scheiße, nicht erwischt. Au! Jawohl! Au! Ich wurde platt gefahren. Na super! Jawohl! Boah! 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 Uff! Bäm! 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 Der war mal heiß! Boah! Bäm! 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 Aus dem Weg. Yeah. 3, 2, 1. Wuhu. Amok-Fahrt. Oh. Das heißt, ich darf alles zerstören, was mir entgegenkommt. So wie den da. Und die da. Und den da. Oh, yeah. Zerstörungswut. Wuhu. Bam. Hau ab hier. Denn ich zerstöre alles. So kriege ich auch Punkte. Also ich meine Sekunden. Indem ich einfach zerstöre. Anders geht's gar nicht. Hm. Ich bin schon irgendwie zu weit. Nein. Na komm. 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 Du schaffst es. Jawoll. Was zur Hölle? Was zur Hölle war das? Hm. No problem. Hm. Not bad. Not bad. Haut ab. Lasst mich in Runde. Bam. Ziel. Ich hab's abgeschlossen. Hm. War gar nicht mal so schwer. Weil ich find die Cyber-Fahrt einfach geiler. Als die Amok-Fahrt. Weil die ist einfach geil. Hm. Hm. Was nehmen wir denn jetzt an? Hm. Ah. Hm. Ne. Ich denke mal den Rest mache ich das nächste Mal. Also bis zum nächsten Mal. Bye bye. Euer Axe Veneta. Weiter. Keep going. Hehe. Danke.